Ich verrate dir was, ich lasse jetzt mal die Hüllen fallen, wie du so siehst, bin auch ein bisschen anders gekleidet als sonst. Ich habe immer gedacht, dass der Grund, wieso er und er eine Freundin haben und wieso er so viel besser mit Frauen umgehen kann und offensichtlich einige Frauen um sich herum scharen kann, aber ich nicht, der Grund ist, dass es einfach nicht für mich in den Sternen steht. Ich habe einfach Pech gehabt. Evolutionsbedingt bin ich einfach nicht einer von denjenigen, die jemals eine Freundin bekommen sollten, mit der er glücklich zusammen sein wird. Ich denke, diese Zweifel in einem größeren oder kleineren Maße sind im Laufe unserer Entwicklung auch irgendwo natürlich. Aber wieso ist denn dieser Zweifel so omnipräsent bei so vielen von uns? Und ist es wirklich ein evolutionsbedingter Faktor, dass wir so an uns zweifeln, dass wir so geringes Selbstvertrauen haben und dass wir immer wieder, auch heute noch, überkommt es mich oft mit, Selbstzweifeln, dass diese Selbstzweifel ein Problem sind? Oder, oder mein Freund, ist geringes Selbstvertrauen nicht eine Ursache von etwas Evolutionsbedingtem, was uns eigentlich von Vorteil ist, was dir dienlich ist und was du für dich nutzen kannst, wenn du es lernst auszutricksen? Das ist, worüber wir heute sprechen im Freundin finden Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frau zu erobern und auch zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei unser Experte für Selbstvertrauen, Dominik van Aver. Yes. In dieser Folge schauen wir uns an, warum die Evolution vielleicht erst sogar gut mit dir meint oder gar nicht gut mit dir meint. Und wir finden es heraus, was dein Selbstbewusstsein angeht und was du tun kannst, um tatsächlich deine Ziele mit Frauen zu erreichen. Paul sitzt am Arbeitsplatz und ähnlich wie hier hat er einen Schreibtisch, über den er gerade ausschauen kann. Und in seinem Sichtfeld sieht er seine Kollegin. Und seine Kollegin sieht heute noch hübscher aus als sonst. Und sie läuft mal wieder, wie sie es so immer tut, zum Raum, in dem sein Kollege sitzt, um mit ihm irgendwas zu klären. Aber wir wissen beide und auch Paul weiß, dass sie nicht irgendwas mit den Kollegen klären muss, sondern dass sie einfach gerne mit ihm Zeit verbringt und einfach mal irgendwelche Gründe findet, um zu diesen Kollegen ins Büro zu gehen, um dort ein paar Worte zu wechseln, weil sie ihn mag, weil sie gerne Zeit mit ihm verbringt. Und sie flirten, sie lachen. Wir sehen das. Wir sehen, wie die zwei sich amüsieren und fragen uns, wieso kommt sie nicht hierher? Paul fragt sich, wieso kommt sie nicht zu ihm? Und diese Zweifel, die er hat, die können wir nachvollziehen. Die haben wir alle manchmal. Die haben wir vielleicht sogar öfter, als uns lieb ist. Aber woher kommen die Zweifel? Die Zweifel, mein Lieber, sind ein evolutionsbedingter Faktor, den du, wenn du ihn für dich nutzt, richtig stark zu einem Vorteil für dich benutzen kannst. Wir sprechen hier nämlich von einem Selbstschutzmechanismus. Warum ist es ein Selbstschutzmechanismus, wenn wir an uns zweifeln, fragst du dich? Das macht überhaupt keinen Sinn, richtig. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass wir in einer modernen Welt am Schreibtisch sitzend gerne mit der Kollegin flirten möchten. Hier gibt es doch keine Gefahr. Richtig. Aber es macht evolutionsbedingt Sinn, wenn wir von der Spanne der Menschheit ausgehen, die nicht im Büro gesessen ist, die nicht im Büro sitzen musste, nämlich ungefähr 200.000 Jahre, seitdem es den Homo sapiens sapiens gibt, in denen wir wegrennen mussten, denen wir jagen mussten, in denen wir Krieg geführt haben, in denen wir unsere Beute horten mussten und schützen mussten. Diese Zeit, diese sehr gefährliche Zeit, die ist bei uns natürlich noch ankert. Die lässt sich nicht durch 200 Jahre Industrialisierung einfach so wegindustrialisieren. Die ist noch da. Und sie ist von Vorteil. Denn Angst, Zweifel schützt uns vor einer Entscheidung, die uns unser Leben kosten könnte. Jetzt gebe ich einfach mal den Ball an dich ab. Genau. Da hake ich direkt ein. Denn die, wie du gerade sagst, wir können doch denken so, das brauche ich doch gar nicht. Ich brauche doch gar nicht diese intensiven Gefühle von Angst, von Zweifel, von dieser Blockade in mir. Aber wenn wir uns mal anschauen, wir sind Rudeltiere. Und das geht sogar halt noch über diese 200.000 Jahre Menschsein und ein Höhlenleben hinweg. Also wir sind Rudeltiere. Wir sind erstmal Säugetiere, die sich in einem Rudel zusammengetan haben. Und entsprechend war es halt wichtig, dass wir mit dem Rudel zusammen, mit dem Stamm vielmehr, ist vielleicht das richtige Wort oder das bessere Wort für Menschen, mit dem Stamm zusammen in Kooperation sind. Denn wenn wir etwas tun, was halt so gegen den Stamm geht, entsprechend irgendwie, wenn wir uns übervorteilen, also selber uns einen Vorteil hinausziehen, während alle anderen dadurch einen Nachteil haben, also quasi eine Nicht-Win-Win-Situation, eine Win-Lose-Situation schaffen, dann könnten wir, oder entsprechend haben wir das auch gesehen, weil manche Menschen haben das damals wohl gemacht, dann haben wir gesehen, dass diese Menschen bestraft wurden vom Stamm. Also entsprechend wurden sie getötet oder aus der Gruppe verjagt, sodass sie halt nie wieder zurückkommen durften. Und das hat für soziale Isolation gesorgt. Und damit warst du halt nicht mehr der Jäger und nicht mehr der gefährliche Mensch für die Tiere da draußen, für die Welt da draußen, sondern damit warst du direkt Beute. Oder bist einfach im Winter vor der Höhle erfroren, während alle drinnen ums Feuer saßen. Das heißt, gegen die Gruppe zu verstoßen, war absolut nicht gut. Das war tödlich für dich. Und wir sind halt immer noch genau dieser Mensch, der vor 200.000 Jahren in dieser Höhle gesessen hat. Heute sitzen wir aber vor einem Bildschirm im Büro und denken dann so, warum kann ich jetzt diese Frau nicht ansprechen? Weil wir fürchten, dass das gegen den Willen der Gruppe geht, weil das gegen den Willen des Stammes geht, dass wir gegen irgendetwas verstoßen. Das ist eine gespeicherte, in unseren Zellen Information für uns. Und weil das entsprechend so in unseren Zellen gespeichert ist, kannst du dir das so vorstellen, dass es ein Programm ist. Also es ist ein Programm, was in unserem Kopf-Gehirn-Computer abläuft. Und das wird automatisch abgespult, wenn wir in einer Situation sind, in der wir gerne unsere Situation ändern würden, hin zu mehr unserem Wunsch, nach unserem Wunschhandel, mehr nach unserem Verlangen handeln. Und damit würden wir entsprechend unsere Individualität nach vorn stellen, anstatt das Wohl der Gruppe. Und weil unser Programm, wir haben dieses Programm entsprechend in unseren Zellen, in unserem Kopf-Computer gespeichert, das grätscht uns dann direkt da rein und sagt so, ja, aber nee, wenn du das machst, dann wirst du aus der Gruppe ausgeschlossen. Und der rationale Gedanke, den wir dann haben, ist dann zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt meine Kollegin mit meiner Kollegen flirte oder wenn ich meiner Kollegin sage, dass ich sie ganz interessant finde, dann könnte ich morgen entlassen werden. Das ist das Äquivalent dazu, was wir uns dann selber sagen. Und damit glauben wir dann auch entsprechend, dass unsere Angst ganz rational ist und dass wir das nicht machen sollten und dies, das. Aber die Grundlage des Ganzen ist entsprechend auf der Sorge, dass wir aus dem Stamm gekickt werden. Aber das werden wir halt nicht mehr heutzutage. Denn der Stamm ist nicht das Büro, in dem wir gerade sitzen oder der Freundeskreis, in dem wir sind, sondern unser Stamm ist mittlerweile die ganze Welt. Und die ganze Welt wird uns nicht irgendwie aus dem Weltdorf verjagen, wenn wir etwas machen, was wir, also etwas machen wie zum Beispiel die Frau, die wir gerne kennenlernen wollen, würden ansprechen. Das wird sie halt nicht machen, aber wir erzählen uns das gerne, weil das halt genau dieser Schutzmechanismus ist. Weil wir glauben, einfach nur durch unser Denken, dass wir klüger sind als unsere Zellgeschichte, als unser Unterbewusstsein, als die Gewohnheiten, unsere Denkgewohnheiten, nach denen wir programmiert wurden über Generationen und Generationen hinweg, tausende Generationen hinweg, Millionen von Generationen hinweg. Und ja, tatsächlich Millionen Generationen hinweg. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Großvater, der war ja ein Mensch. Und sein Großvater war ja auch ein Mensch. Und sein Großvater war auch ein Mensch. Aber sein Großvater, viele Millionen Generationen vorher, der war ja ein Affe. Und sein Großvater, viele, viele Millionen Generationen vorher, der war ja ein Fisch. und das dürfen wir halt nicht vergessen. Das ist halt alles, also es ist genetisches Gedächtnis, das ist alles in uns gespeichert. All diese, die Sorge um Gefahren von vielen, vielen Millionen Generationen hinweg ist in unseren Zellen gespeichert und wir glauben, wie du es auch gerade gesagt hast, Andi, diese paar Jahre entsprechend der Erdgeschichte und der Universumsgeschichte, die wir Mensch sind und wir denken können, diese wenigen Jahre, wir glauben, dass wir durch dieses Denken dann einfach diese Gefühle von Angst und Zweifel und diese inneren Blockaden einfach wegrationalisieren können. Aber das können wir halt nicht. Das Denken ist halt einfach nur ein ganz feiner Hauch, ein ganz feines Level, wie sagt man, eine Schicht, eine ganz feine Schicht in dem, was uns eigentlich irgendwie als Mensch ausmacht. Und daher können wir halt durch das Denken, es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr langwierig, genau, also wir können durch das Denken nur sehr langwierig dieses Verhalten ändern. Aber was wir halt machen müssen, ist halt mit dem Denken unterstützend die Gewohnheiten zum Beispiel ändern. Dass wir entsprechend in den Situationen, und da kommen wir auch wahrscheinlich dann später drauf, jetzt nochmal im Podcast, diese Situation, die uns Angst machen, zum Beispiel uminterpretieren. Selbstwert oder selbstbewusstseins förderlich uminterpretieren. Und ja, das erstmal gerade als Übersicht dazu, warum wir überhaupt diese, ja, diese Blockaden haben und woher die eigentlich kommen. Mhm. diese selbstbewusstseinsmindernden Gewohnheiten, das sind die teilweise auch sehr modernen Phänomene, die wir sehen, zum Beispiel durch Online-Dating. Ja, stell dir vor, du hast, vielleicht, ich meine, das musst du dir nicht mal vorstellen. Ich weiß, ich muss mir da nicht, nicht, nicht lang in meine Vergangenheit reinbuddeln, um da Erfahrungen rauszusuchen, rauszukramen, die ähnlich waren. In Person totale Panik gehabt, auf Frauen zuzugehen, geschweige denn zu flirten, irgendwas Sexuelles zu sagen, erst recht nicht am Arbeitsplatz, meine Güte, da werde ich, werde ich doch auf jeden Fall irgendwie dafür einen Schaden davon tragen. An der Uni habe ich das einfach nicht gekonnt und so weiter. Je weiter du zurückschaust, desto peinlicher war es in meinem Kopf und auch, naja, die Resultate haben sich ebenfalls in dem Video gespiegelt. Und die, die, die Möglichkeit jetzt im Internet eine Partnerin zu finden, die hört sich sehr verlockend an, weil wir können uns hinsetzen in unserem Zuhause, in unserem geschützten Raum, wir können das Handy rausholen, was wir sowieso für alles andere auch schon nutzen und können mit unserem Daumen hin und her uns die Bilder bewegen und darauf hoffen, dass es klappt, dass es für uns die Arbeit erledigt. Es ist also wirklich, Herr Fieder, könnten wir es eigentlich nicht mehr machen, was einen eigentlich total organischen, natürlichen Prozess anbelangt, die komplette Natur, die komplette Romantik, das komplette Gefühl rauszunehmen und es nur noch auf einen digitalen, was ist das, sieben Zentimeter mal fünf Zentimeter Bildschirm zu projizieren und dann auch noch alles auf Bildern basierend oder irgendwelche kurzen Biografien, die halt wirklich überhaupt keinen Aufschluss über die Komplexität eines Wesens, einer Seele geben können. Und wir meinen, dass das funktioniert, weil wir anhand von manchen Beispielen sehen, dass es auch funktioniert. Das, mein Lieber, wenn wir das nicht mal in Person hinbekommen, locker auf andere zuzugehen, wenn wir über eine Straße laufen und da ist jemand, der uns anlächelt, jemand läuft dir entgegen und lächelt dich an oder nickt oder sagt Hallo und du bist so geschockt, dass dich jemand anlächelt, die Hallo sagt, dass du nicht weißt, wie du reagieren sollst und dann noch 100, 200 Meter weiterläufst und denkst, ach Alter, warum hast du nicht reagiert und hättest auch Hallo zurücksagen können, ach das war aber peinlich, was war das jetzt? Diese Blockaden, die du in Person hast, die werden natürlich in unserer modernen Zeit, wo wir so sehr vor Computer und Bildschirm sitzen, immer schlimmer werden, wenn wir denen nicht Einheit gebieten. Und dann erwarten wir, dass das dann online die Rettung ist, dass wir es online hinbekommen, aber die Wahrheit ist natürlich, wie du es erfahren hast, online erst recht nicht die Lösung, weil online, wenn du es in Person nicht hinbekommst, dann wirst du es online auch nicht hinbekommen. Wenn du es in Person hinbekommst, dann kannst du es auch online hinbekommen. Online Dating ist ein Datingergänzungsmittel, genauso wie Nahrungsergänzungsmittel helfen können, aber nicht die Grundnahrung sind. Wenn du dich darauf verlässt, dann verhungerst du. Und das ist ein selbst, ein sehr modernes Selbstbewusstseins minderndes Phänomen, dass wir uns aussetzen mit einer Hoffnung, die einfach nicht funktionieren wird. Chancen sehr gering sind, dass sie für dich funktionieren wird. Online Dating, wenn du es in Person nicht hinbekommst. Und das Schlimme ist, das projiziert sich dann aus der Online-Welt, aus diesem Zimmer, wo du zu Hause sitzt, vor deinem Handy, wo du eigentlich dich in Sicherheit gewiegt hast, weil du ja, oder du sitzt auf dem Klo, ein eigentlich sicheres Szenario, wo du nichts zu befürchten hast und selbst in diesem Szenario, wo du in deinem geschützten Raum bist, kriegst du Enttäuschung und das Gefühl, dass dich niemand will. Oder gehst du anderen die Schuld dann auch dafür. Zum Beispiel, Online Dating ist ja so doof, das funktioniert ja nicht, ist ja eine absolute Katastrophe. Und sowieso irgendwie 95% der Frauen wollen 5% der Männer und da muss man ja auch erstmal reinkommen und so weiter und dann gehst du in die Opferrolle. anstatt halt mal zu schauen so, okay, hab ich vielleicht einfach nur wirklich crappy Fotos und warum hab ich diese crappy Fotos? Weil es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Menschen, die gute Fotos von sich haben, die auch gerne zum Beispiel Fotos von sich machen lassen und auch die gut auf Fotos aussehen, der Zusammenhang ist, also gute Fotos haben mit Selbstbewusstsein. Weil wer gerne zum Beispiel oder wer kein Problem hat vor der Kamera zu stehen, der hat auch kein Problem gesehen zu werden und gesehen zu werden ist im Prinzip ein anderes Wort für Selbstbewusstsein. Weil Selbstbewusstsein bedeutet, dass du dich zeigst, dass du dich präsentieren kannst und dass du auch ja, dass du dich damit auch verletzlich zeigst und verletzbar machst und das ist gerade das, was halt so was wirkliche Stärke zum Beispiel auch ist. Also weil Verletzbarkeit bedeutet im Prinzip so, hier guck mal, das bin ich und du kannst mich jetzt gerne angreifen, wenn du das möchtest, das macht mir nichts. Verletzbarkeit ist ja auch zum Beispiel dann auf der Straße dann einfach auf die Frau zuzugehen und zu sagen so, ich hab dich gerade gesehen, ich find dich wunderschön, wer bist du? Weil damit hast du keine Spielchen, keine versteckte Agenda, kein irgendwie, du sag mal, kannst du mir sagen, wo es hier zur Post geht? In deiner eigenen Stadt, wahrscheinlich in deinem eigenen Viertel. Also einfach, damit du irgendwie eine Ausrede hast, um eine Frau anzusprechen. Und eine Frau riecht das halt meinweit gegen den Wind, dass du halt gerade irgendwie versuchst, also nicht nur Frauen, so Menschen riechen das meinweit gegen den Wind, wenn du halt irgendwie versuchst, was zu kaschieren, um dann mit der Keule der Ehrlichkeit um die Ecke zu kommen, nachdem du dich sicher fühlst mit ihr. Nee, du musst halt im Vorfeld den Schritt ins Vertrauen machen, indem du zeigst, indem du dich verletzbar machst und angreifbar machst. Das ist wahres Selbstbewusstsein. Nicht irgendwie hinterm Haus zu halten oder so. Hinter Verstollene Hand. Vielleicht auch das. Wer ein besseres, oder wer den wahren Begriff kennt, den ich jetzt gerade meine, gerne in die Kommentare. Sprichwörter. Mit Dominik und Handy. Ja. Vielleicht machen wir mal einen extra Podcast darüber. Genau, das Nicht-Vertrauen haben oder beziehungsweise auch das Nicht-Verletzbar-Zeigen ist halt, ist einfach Angst. Und damit, also wir glauben dann, das ist irgendwie großartige Stärke, indem wir halt irgendwie unsere, unsere, unsere Verlangen verschleiern oder unsere, unsere Wahrheit verschleiern, so dass wir zum Beispiel die Frau ganz, ganz interessant finden und dass es halt ganz besonders männliche Stärke sei und so weiter. Aber genau das ist halt Angst. Und genau das halt, das Verschleiern ist auf auf anderen Wege hin wiederum ist das absolute Bedürftigkeit. Weil wir dadurch sagen, so ich muss halt alles erstmal verschleiern, ich muss halt erstmal den Coolen spielen, um gemocht zu werden. Anstatt zu sagen, so es ist mir völlig egal, ob du mich magst, das ist meine Wahrheit, hier bin ich, wer bist du? Das ist halt wahre Stärke, das ist Selbstbewusstsein. Aber halt dann entsprechend so, aber wir waren ja gerade bei, ich bin extrem abgeschwiffen, wir waren ja bei Tinder und Online-Dating gerade so. Ich kenne das aus Bekanntenkreisen von damals, so als wir so die ersten Tinder-Erfahrungen dann auch gemacht haben und auch von mir natürlich auch damals. Wir hatten auch keine, ich hatte auch keine guten Fotos am Anfang. Und dann habe ich auch erst gesagt, so ja, Tinder funktioniert nicht, der blöde Algorithmus, der und so weiter und Frauen sind sowieso alle dies und das und ich habe dann auch so gedacht erst mal, dass Frauen dann gewisse Kategorien einzuordnen und der Algorithmus ist schuld und die App ist schuld und sowieso die Gesellschaft ist schuld. Wie kann es überhaupt dazu kommen, dass wir sowas haben müssen wie Online-Dating und so weiter. Aber niemand zwingt dich, das zu nutzen und vor allem so, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, Andi, das ist ein Ergänzungsmittel. Wenn du es nicht schaffst, auf der Straße, im Nachtleben, was auch immer, nüchtern, auf eine Frau zuzugehen und ihr zu, ein Gespräch mit ihr anzufangen, ein Gespräch zu führen über eine längere Zeit, das Interesse entsprechend auch an ihr aufzubauen, also dass du mehr Interesse an ihr hast und nicht einfach nur von ihrem Äußeren verzaubert bist, sondern dass du auch wirklich auswählen kannst, okay, sie ist hübsch im Außen und interessant im Innen, ich möchte sie näher kennenlernen, wenn du diese Fähigkeit nicht hast, dann wird dir halt kein Online-Dating dafür helfen. Wenn du die Fähigkeit aufgebaut hast, dann kannst du so viel Online-Daten, wie du möchtest und das wirst du wahrscheinlich gar nicht so viel machen, also das wirst du halt in einem gewissen Rahmen vielleicht mal ganz gerne machen, weil es halt für dich einfach wirklich nur ein Ergänzungsmittel von mir aus Sonntagabend auf dem Sofa ist oder so, aber du hast, du wirst so viel Freude daran haben, Menschen kennenzulernen und Menschen werden so viel Freude daran haben, dich kennenzulernen, weil du ein gewisses Charisma aufbaust, ein gewisses Selbstbewusstsein aufbaust, dass es dir ganz automatisch leichter fällt oder super leicht fällt, Frauen kennenzulernen, weil du sowieso die ganze Zeit Menschen kennenlernst und wir hatten auch jetzt am Wochenende im Live-Coaching hatten wir auch so das gute Beispiel davon, es kann ja zum Beispiel sein, einfach, dass du bist einfach in der Gewohnheit, Menschen kennenzulernen und dann sind da vielleicht so im Nachtleben so drei Mädels am anderen Tisch, die haben aber super viel Spaß, die haben super viel Spaß, aber die gefallen dir gar nicht so, aber du gibst den, setz dich gerade dazu, gibst dir das Kompliment, ihr habt eine richtig coole Ausstrahlung, ihr habt dir richtig viel Spaß, wer seid ihr eigentlich und dann hast du einfach einen coolen Gesprächsaustausch mit denen, quatsch vielleicht eine halbe Stunde mit denen und dann sagen die, du bist ja super sympathisch, wir gehen gleich noch in eine andere Bar, komm doch mit, da ist auch noch eine Freundin von uns, die Single und plötzlich, ohne dass du halt ganz bewusst Frauen angesprochen hast, hast du vielleicht sogar mit diesem anderen Mädel, was ihr gleich treffen werdet, ein Date am nächsten Tag, so das, das sind Sachen, die halt ganz automatisch passieren werden, wenn du halt auch nicht mehr zum Beispiel, zwischen Frauen und, und Menschen generell unterscheidest, mit, mit Flirten und Ansprechen und, ja, und, und deinem, deinem Selbstbewusstsein irgendwie nur kontrolliert in einem Bereich im Dating aufbauen wollen, dann wirst du ganz automatisch diese Erfahrung machen. Es gibt keine verlorene Kommunikation. Der Gedanke, dass, wenn wir, wenn wir mit jemandem reden, dass es peinlich werden könnte, dass, dass, dass du auch nur dann jemandem ein Kompliment geben kannst, wenn es wirklich, wirklich, wirklich von Herzen kommt und du dir darüber Gedanken gemacht hast, weil wir diesen Anspruch, diesen perfektionistischen Anspruch haben, dann gehen wir von einer, von einer begrenzten Anzahl an Kommunikation aus, der wir fähig sind. Und sagen wir, es ist im Grunde genommen so, dass du sagst, ich habe nur einen Speicher für 20 Gespräche am Tag oder ein Kompliment in der Woche, nicht mal. Das ist genau das Problem, was dich zur emotionalen Abhängigkeit führt, weil du eben nicht in Fülle denkst und nicht in Fülle handelst. Du entscheidest dich zur Abhängigkeit. Ich bin abhängig von dem richtigen Augenblick. Ich bin abhängig von der App. Ich bin abhängig von den richtigen Fotos. Ich bin abhängig von, dass ich das Richtige sage, dass ich keine Fehler mache, dass sie auf mich steht, dass sie Zeit hat und, 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 und. Und bevor du dich überhaupt an die Situation ranwachst, hast du schon all diese Filtermechanismen, sind alle schon aktiv und ist ja klar, wenn dein Betriebssystem schon sagt, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht machen, nicht machen, dann machst du es auch einfach nicht. Ganz einfach. Wenn du aber bewusstseinsfördernde Betriebssystembefehle hast, wenn da zum Beispiel die Interpretation der Situation positiv für dich ist, wenn du zum Beispiel interpretierst, oh, da schaut mich jemand an, vielleicht, weil ich gerade sein Typ oder ihr Typ bin. Ich bin also attraktiv für diesen Menschen. Wir wissen es nicht. In die eine oder in die andere Richtung. Jemand hat vor kurzem kommentiert, das ist nicht selbstbewusstseinsfördernd, das ist realitätsverweigernd, wenn ich so etwas annehme. Das stimmt nicht. Es ist eine Definition von vielen. Realitätsverweigernd? Du kennst die Realität noch gar nicht. Wenn dich jemand anlächelt oder dich anschaut, dann weißt du nicht, was der Grund dafür ist. Punkt. Es ist alles nur Interpretation. Jetzt können wir interpretieren, dass es ist, weil er uns nicht mag, weil wir doof aussehen, das wäre selbstbewusstseinsmindernd oder wir können davon ausgehen, dass wir genau sein Typ sind, ihr Typ sind, dass wir toll ankommen, dass wir anscheinend doch irgendwas richtig machen. Das ist die selbstbewusstseinsfördernde Interpretation. und den Weg einzuschlagen, das ist eine Entscheidung. Das ist immer schon eine Entscheidung gewesen. Diese Entscheidung, die fällt uns natürlich schwer, wenn wir unser Leben lang oder besser gesagt nicht unser Leben lang, aber unser erwachsenes Leben lang oder seitdem wir eben angefangen haben, auf die Worte von unserer Umgebung mehr zu hören und wir haben zugelassen, dass sie ein Teil von uns werden und dass die Kritik uns Stück für Stück zermatert hat. Seitdem ist die Gewohnheit natürlich ganz klar selbstbewusstseins mindernd, dass wir den Weg einschlagen. Aber das ist nichts weiter als eine Gewohnheitssache. Schritt für Schritt für Schritt haben wir die letzten 30 Jahre lang immer wieder den Weg eingeschlagen von ich bin nicht gut genug. Da sind überall die Beweise. Da haben wir wieder einen Beweis. Da haben wir wieder einen Beweis. Aber Glas halb voll, Glas halb leer. Es ist immer eine Interpretationsfrage und ja kommen jetzt die Männer, die jetzt sagen, es ist immer halb voll oder es ist immer halb leer. Ist okay. Wir müssen uns nicht über dieses eine Sprichwort streiten. Dann ich gebe dir den Punkt. Guck mal, du hast Recht. Es gibt nur Glas halb voll. Du hast Recht. Ich habe Unrecht. Ich bin trotzdem es wert, dass ich mit Frauen reden kann. Auch wenn ich jetzt gerade einen Fehler gemacht habe mit einem Sprichwort. You see my point? Ja. Das ist ein richtig guter Punkt. Also wir glauben immer ganz gerne, also gerade dieser Punkt so mit okay, du hast Recht. Wir glauben ganz gerne, dass wir die Welt entschlüsseln müssen oder dass wir halt alles wissen oder was auch immer, dass wir ganz genau wissen, wie die Welt funktioniert und dass wir ganz genau wissen, was unser Platz in der Welt ist und dass Frauen so und so sind und dass wir so und so sind, dass unsere Realität so und so aussieht. Und das ist natürlich realitäts, wie war das, realitäts? Verweigernd. Wie war der Kommentar? Verweigernd. Realitätsverweigernd ist, dass wir die Sachen selbstbewusst fördern, interpretieren. Okay, dann ist das so, dann hast du Recht. Also du kannst halt jetzt entweder Recht haben oder erfolgreich sein. So das ist die Entscheidung, die du treffen kannst. Entweder du hast weiterhin Recht, dass die Frauen dich nicht mögen oder du entscheidest dich für was anderes und dir ist völlig egal, ob du Recht hast und plötzlich wird sich dein Leben verändern. Plötzlich, weil du darüber nachdenkst, dass du vielleicht doch ein ganz guter Fang sein könntest, dann wirst du plötzlich auch diese Erfahrungen machen. Schritt für Schritt. Nicht von heute auf morgen, absolut nicht, weil du hast die letzten 30, 40 Jahre so gedacht, dass du nicht gut genug bist. Da wird sich jetzt ein Tag daran nichts ändern. Also gewisse Veränderungen brauchen Zeit. Das ist halt so, als ob du jetzt dein Leben lang nicht auf Ernährung geachtet hast und vielleicht 100 Kilo zu viel wiegst. Du brauchst nicht erwarten, was du an 30 Jahren angesammelt hast, dass du in drei Monaten los wirst. Absolut nicht. Aber du kannst ja schneller loswerden als gedacht oder als du denkst, wenn du halt dich disziplinierst, auf deine Gedanken zu achten, auf das zu achten, wie du die Welt siehst. Und das ist kein Hexenwerk. über was reden wir denn hier? Möchtest du ein besseres Leben haben? Ja. Findest du es gerade scheiße, wie es ist? Wahrscheinlich. Also wenn du es jetzt gerade scheiße findest, wie es ist, dann rede ich mit dir. Wenn du es nicht scheiße findest, dann spiel einfach mit gerade. Du findest gerade scheiße, wie es ist? Ja. Dann warum nicht ändern? Das ist, warum genauso bleiben und warum dir dieses wohlig, warme Gefühl von Selbstmitleid geben? Dass du ja nichts ändern kannst. Dass Frauen so und so sind. Und dass die Gesellschaft sowieso am Abgrund ist. Und du sowieso besser ein Haus im Wald abseits der Gesellschaft haben solltest. Was übrigens Flucht ist. Das ist ein Fluchtgedanke. Das ist nichts, was aus dem menschlichen Selbst entspringt. Das ist Flucht vor dem, weil du nie wirklich gelernt hast. Das ist nicht deine Schuld. Weil du nie wirklich gelernt hast, mit anderen Menschen umzugehen. Weil du wahrscheinlich hier und da Erfahrungen gemacht hast. Wie gesagt, nicht deine Schuld. Erfahrungen gemacht hast, die dafür gesorgt haben, dass du eine Überlebensstrategie entwickelt hast, die dafür gesorgt hat, dass du vielleicht dich lieber zurückziehst. Und dann liest du irgendwo, dass du hochsensibel bist. Oder dass du introvertiert bist. Was du wahrscheinlich nicht bist. Das ist auch wieder eine Gauss-Verteilung. Die Masse der Menschen ist ambivertiert. Die sind beides, extrovertiert und introvertiert. Aber weil du halt gewisse Erfahrungen gemacht hast, siehst du halt daraus, okay, ich bin dann wahrscheinlich introvertiert, weil ich nicht so gut mit Menschen kann oder weil ich gerade nicht so mit Party anfangen kann. Aber interessanterweise plötzlich finden Menschen heraus, zum Beispiel wie der Roman, mit dem du auch hier eine Folge findest, der sich auch eher als introvertiert gesehen hat, plötzlich findet er heraus, dass er doch gar nicht so introvertiert ist und plötzlich das Leben der Party sein kann und das auch genießen kann. Wie kann das sein? Also wir ziehen uns dann gerne in diese Diagnosen zurück, um uns das Leben zu erleichtern, aber eigentlich finden wir das nicht schön. Wir fühlen uns nicht gut dabei. Also wenn du es nicht schön findest, alleine zu sein, dann ist das ein Problem und dann darfst du daran was ändern. Wenn du es dir selber wert bist und wenn du es dir nicht selber wert bist, dann krieg deinen Arsch hoch, damit du es dir selber wert bist. Das Leben ist so kurz. und das ist die Sache, die Entscheidung es zu tun, die ist weniger weit weg als die Dichte eines Haars. Die ist exakt vor dir. Die Entscheidung es zu verbessern ist exakt da. Sie ist mehr als zum Greifen nah. Warum tun wir es nicht? Wegen dieses evolutionsbedingten Faktors, weil da immer wieder eine Stimme sagt, Gefahr, 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 Gefahr. Und selbst wenn du jetzt alles gehört hast und sagst, ja Dominik, du hast recht, ja klar, das ist scheiße, wie es aktuell ist. Und ich habe mir die letzten 15, 20 Jahre den Arsch aufgerissen, damit ich gut dastehe finanziell, damit ich einen Job habe, der mir gefällt, damit, vielleicht hatte ich auch eine Beziehung für die letzten 10, 20 Jahre und ich habe jetzt zwei wundervolle Kinder, aber die Ehe hat nicht funktioniert und ich stehe wieder am Nullpunkt. Wofür mache ich das alles, wenn ich immer noch nicht die richtige gefunden habe? Und Dominik sagt, willst du das verbessern? Ja, dann mach es. Du denkst dir, aber wie denn? Genau hier, mein Lieber, genau hier ist wieder eine Öffnung in diesem Kreislauf, den du immer wieder reinfällst. Es geht darum, diese Öffnung zu nutzen und den Kreislauf zu durchtrennen. Denn der nächste Schritt ist immer, welche Stimme sagt mir jetzt was? Die Stimme, die mir sagt, tu es nicht, Angst, 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 alles Mögliche könnte schief gehen, das ist nicht perfekt genug, du musst viel vorbereiteter sein und so weiter. Oder die Stimme, die sagt, was habe ich sonst noch zu verlieren? Ich probiere jetzt einfach was. Denn was du tun solltest, ist alles da. Das Internet ist vollgepackt mit Möglichkeiten. Es gibt 100 verschiedene Dating Coaches. Wir machen Dating Coaching seit über 10 Jahren. Bist du schon Kunde bei uns? Nein, noch nicht. Okay, da ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist erstmal mit uns in der kostenlosen Flirt- und Charisma-Analyse zu sprechen. Ist auch eine Möglichkeit. Oder du schaust dir alle unsere Podcast-Folgen an. Du hörst dir alle unsere Podcast-Folgen an. Gehst durch das gesamte Kompendium unserer Videos. Liest alle Artikel durch, die wir geschrieben haben. Liest unser E-Book durch. Das sind alles Möglichkeiten. Aber wenn du denkst, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr, ich bin noch nicht gut genug, dann bist du wieder im Kreislaufen. Verstehst du, was ich meine? Immer wieder spreche ich mit Männern, die sagen, boah Andi, deine Videos haben mir so krass geholfen, vielen Dank. Diese Woche will ich rausgehen, diese Woche will ich mit Menschen umgehen und reden und quatschen und sozial sein und auf Frauen zugehen und dann reden wir miteinander eine Woche später und er sagt, deine Videos helfen voll viel. Bist du denn rausgegangen? Ja, nee, noch nicht, ich muss mir noch ein paar Videos reinziehen von dir. Du hast genug Theorie konsumiert, genug Theorie. Du bist genau an diesem Punkt, wo wieder die Stimme des Zweifels aktiviert wird, die evolutionsbedingt da ist, die dir geholfen hat, nicht von einem Bären zerfleischt zu werden. Diese Angst, die ist gut in solchen Szenarien, aber nicht gut in dem Szenario, in dem du jetzt bist. Und die Entscheidung ist es zu sagen, Alter, es ist mir jetzt mal egal, was schief geht oder nicht, ich weiß, ich werde überleben und ich probiere jetzt einfach mal was, weil ich auf den Prozess vertraue. Ich vertraue einfach darauf, dass es auf lange Sicht gut wird. Ja, es wird vielleicht peinlich in den Einzelmomenten. Ja, ich werde mir vielleicht die Hose machen vor Angst. Ja, das kann alles passieren. Es kann aber auch sein, dass es Spaß machen wird. Es kann auch sein, dass ich dort in dieser Reise Freunde fürs Leben schließen werde, Freundschaft fürs Leben schließen werde. Es kann sein, dass ich Frauen kennenlerne, mit denen ich für für die nächsten zwei Jahre haben werde, bis dann die Richtige sich rauskristallisiert. Es ist alles möglich. Lass uns doch lieber auf das Selbstbewusstseins Fördernde uns stürzen und das ist die Entscheidung als auf das Selbstbewusstseins Mindernde. Und dabei zu sagen, es ist okay, es ist okay, dass jemand anders gerade es besser kann als ich, es mehr hinkriegt als ich, das ist alles in Ordnung. Das heißt nicht, dass ich es nicht auch lernen kann. Das ist die Entscheidung zu Unabhängigkeit. Das ist die Entscheidung zu deinem Selbstwert. Und die ist nichts weiter als diesen kleinen Schritt vorwärts zu wagen. Und wenn du wieder jetzt, ich weiß genau wie das ist, ich weiß genau, wenn du jetzt wieder denkst, ja, aber wie denn, da ist diese Angst, bingo, da hast du wieder auf die Stimme der Angst gehört. Es geht darum zu sagen, ich weiß, da ist die Angst, ja, da ist sie. Genau deswegen tue ich es. Eben drum, eben weil da die Angst ist. Ich möchte mich unterscheiden von dem Mann, der ich vorher war, der auf die Angst gehört hat. Ich möchte jetzt ein anderer Mann werden. Ich vergleiche mich mit meiner vorherigen Version von mir. Eben weil da die Angst ist, tue ich es. ich weiß, dass ich ein Mann mit Herz bin, dass meine Intention gut ist, dass ich nicht andere manipulieren oder ihnen irgendetwas wegnehmen möchte, bin an Win-Win Szenarien interessiert, dann bist du ein Geschenk. Dann bist du ein Geschenk und du kannst dich trauen. Wenn du einen kleinen Tritt in den Hintern brauchst, dafür gibt es Coaches. In jeder Disziplin, in jeder Sportart gibt es Coaches. Du willst irgendein Instrument lernen, du Lehrer, du möchtest Fußball, Profi werden Fußball spielen oder nicht mal Profi, du möchtest einfach nur in der Kreisliga spielen, dann wird es dort auch einen Coach geben. Es gibt immer Coaches für etwas, was wir nicht können. Und wenn wir etwas nicht können, warum dann nicht einfach mal sagen, weißt du was, ich schaue mir jetzt mal an, was andere gemacht haben, ich versuche das zu emulieren, ich mache es einfach mal nach, und auch da kommt wieder die alte Stimme. Wenn ich es nachmache, ist doch inauthentisch, oder? Dann bin ich ja nicht ich selbst. Es muss doch richtig sein. Jetzt hörst du wieder auf die Limitation. Lass uns doch selbstbewusstseins fördernd denken. Ich mache es nicht nach. Ich mache es wie jemand, der es kann, damit ich lerne, wie es funktioniert, um es dann später selber zu können, ohne darüber nachzudenken. Du folgst einer ganz normalen Kette an Evolution, ich weiß, bin noch nicht gut genug, ich will es aber lernen. Der zweite Schritt ist, jetzt kann ich es, aber ich mache mir noch sehr viel Gedanken darum. Und der letzte Schritt ist, okay, jetzt kann ich es und ich muss überhaupt keine Gedanken mehr machen. Das ist die Kompetenzleiter. Von unbewusster Inkompetenz zu bewusster Kompetenz zu bewusster Kompetenz zu unbewusster Kompetenz. Durch diese vier Schritte sind wir alle durch, wenn wir etwas Neues lernen. Immer. Und da gibt es immer in der Phase der bewussten Inkompetenz und bewussten Kompetenz eine Phase, in der es sich ganz komisch anfühlt. Weil du denkst, das ist alles so verkopft. Klar, weil es noch verkopft ist, bis du es dann irgendwann kannst, bis du die Gitarre einfach nur spielen kannst, bis du einfach nur laufen kannst oder Fahrrad fahren kannst, du dir nicht mehr darüber Gedanken machen musst, okay, trete ich jetzt in die Pedale hier oder hier, falle ich jetzt um? Nö, irgendwann kannst du einfach Fahrrad fahren, dann machst dir keine Gedanken mehr darum. Aber die Anfangsphase ist immer komisch. Und da ist dieser Kreislauf durchtrennen müssen. Online zu sitzen, auf dem Klo zu sitzen und über Tinder oder Bumble oder Badoo oder Lovoo zu swipen und dann auf dem Klo dich eigentlich immer sicher fühlen konntest, dort dann auf Absage und Absage zu stoßen, das gibt dir so viel Angst für die echte Welt, weil wenn du selbst in dieser sicheren Welt auf dem Klo dich der Absage konfrontiert fühlst, dann wirst du erst recht in Person sagen, ich habe erst recht in Person gar keine Chance. In Person ist ja noch furchteinflößender. Darum wenn du in Person erst mal lernen, ich hatte früher auch extreme Angst davor in Person auf andere zuzugehen und dort mich selber so zu zeigen wie ich wirklich bin, Interesse zu zeigen an einer Frau, das ist furchteinflößend, wenn du das noch nie gemacht hast und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und du hast auf Abstoßung erfahren, eine Frau hatte einfach kein Interesse an dir, genau dann gehen wir damit Selbstbewusstseins förderlich um oder Selbstbewusstseins mindernd. Die meisten sagen, ich mach das nicht mehr, ich hab mir die Finger verbrannt. Das ist halt Bullshit, du hast ja nicht die Finger verbrannt, deinen Fingern geht's gut. Du hast auf die Selbstbewusstseins mindernde Stimme gehört, die gesagt hat, es hat sich nicht gut angefühlt, oh und ich wurde bestätigt, es hat auch keine Resultate herbeigeführt, dann lass ich's lieber ganz. Das macht's wieder bequem, dann kann ich mich schön im Internet beschweren, kann Kommentare hinterlassen. Was ist das für ein Leben? Also ganz ehrlich, was ist das für ein Leben zu sagen, du wolltest ja etwas machen, du wolltest ja Frauen kennenlernen und dann hast du dir die Finger verbrannt, aber dein Wunsch ist ja jetzt nicht weg, sondern was du einfach machst, ist, ich hab trotzdem den Wunsch, aber ich zwinge mich dazu, zu Leid und zu Qual, dass ich einfach diesem Wunsch einfach nicht nachkommen kann, dass das anscheinend nicht mein Leben ist und dieses Leben wird mir ewig verwehrt bleiben. Was ist das für ein Leben? Ganz ehrlich, warum bist du dir nicht selber mehr wert? Und ich sage das gerade so ganz bewusst, weil ich weiß, dass es dich gibt. Das sehen wir in unseren Kommentaren ständig oder auch unter anderen Kommentaren von anderen Videos dieser Art. Da sind Männer, die sich die ganze Zeit beschweren, ja, ich hab mich mal einer Frau gegenüber geöffnet, die hat das Ganze gegen mich verwendet, Frauen sind alle Teufel. Okay, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Erfahrung gemacht, herzlichen Glückwunsch. Ja, oder vier Erfahrungen. Ja, das ist immer noch keine Schlagzahl. Also, wenn du aus dem Haus gehst und du begegnest einem Arschloch, dann bist du einem Arschloch begegnet. Wenn du aus dem Haus gehst und du begegnest nur Arschlöchern, dann bist du das Arschloch. Richtig. Sorry, das direkt zu sagen, aber wenn du halt nur schlechte Erfahrungen machst mit Frauen, dann sind nicht die Frauen daran schuld, sondern du bist der gemeinsame Nenner, der kleinste gemeinsame Nenner. Es liegt anscheinend an dir und es liegt einfach daran, dass du vielleicht so dich direkt für die Erstbeste entscheidest, um nicht weiter alleine zu sein. Dann ist nicht eine nächste Beziehung oder die nächste Frau sich da hinein zu stürzen oder die einfach nur nett zu dir ist, direkt als Freundin zu nehmen, sondern dann geht es darum, dass und wenn du entsprechend dann einfach immer wieder von Beziehung zu Beziehung gerutscht oder einfach die nächste nimmst, das Problem Einsamkeit, du kommst damit nicht klar, du bist mit dir selber einfach nicht okay und dann wirst du jetzt vielleicht sagen, ja doch, ich bin ein introvertierter Typ, das ist schon okay, nee, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich kastrierst du dich ja auch. Also hör auf, dir Label aufzusetzen, hör auf, irgendwelche Etiketten aufzukleben, um dir das Leben schön zu reden, um dir deine Wünsche wegzureden. Wir leben nicht mehr in einer Zeit, glücklicherweise, in der wir von irgendeiner Kirche davon gegeißelt werden, dann gegeißelt werden, wenn wir plötzlich eine andere Frau anschauen oder generell irgendwie den Knöchel einer Frau sehen und so weiter und das ist alles ganz verboten und du darfst überhaupt nicht deine Wünsche ausleben, sondern musst all dein Geld der Kirche geben. Diese Zeiten sind vorbei in Ansätzen, aber diese Zeiten sind vorbei du kannst dich frei entfalten und du kannst die Person sein, der Mann sein, der du schon immer sein wolltest und das Einzige, was dir halt im Weg steht, ist die Angst und diese Angst ist halt dein Kompass. Du hast die Angst nur da an den Punkten, wo dir etwas wichtig ist. Du hast nicht so viel Angst davor der Nachbarin oder dem Nachbarn morgens Hallo zu sagen. Das geht für dich ganz leicht, aber dann der Frau auf der Straße, die du toll findest, Hallo zu sagen, da ist eine Blockade. Warum? Weil dir das wichtig ist, was diese Frau über dich denkt. Weil du an Partnerschaft interessiert bist. Weil du daran interessiert bist, eine tolle Frau kennenzulernen, eine hübsche Frau kennenzulernen. Und wo die Angst ist, ist der Weg. Und du kannst mir oder uns doch nicht allen Ernstes sagen, dass es okay ist, nach deiner Angst zu handeln, anstatt deiner Selbstliebe, anstatt zu sagen, ich bin mir selber so viel wert, dass ich sage, okay, das ist eine Blockade für mich, das ist eine Hürde für mich, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich will das machen, weil ich mir selber mehr wert bin. Scheiß auf die Angst. Angst ist der Kompass. Angst sagt, das muss gemacht werden. Und jetzt sind wieder ganz viele, ich sehe das schon, ganz viele neunmal kluge in den Kommentaren wieder, ja, okay, ich habe keine Angst, von der Klippe zu springen oder keine Angst, irgendwie mir ein Küchenmesser ins Auge zu stechen, deswegen sollte ich das jetzt machen, Dominik sagt, du sollst das machen. Ahaha, ist damit nicht gemeint. Diese, und das weißt du ganz genau, diese Angst, damit wir uns nicht der Angst stellen, hat unser Ego eine ganze Menge Tricks im Kasten. In der Bibel wird das dann immer auch gerne als der Teufel genannt. Unser Ego quasi als Symbol oder das Symbol für unser Ego ist der Teufel. Und der hat ganz viele Tricks. Der hat dann zum Beispiel, der redet dir das aus, ganz auf der logischen Ebene. Ja, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür und so weiter. Oder der schickt dir ganz andere Gefühle von Stress vielleicht. Im Sinne von so, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt irgendwie trotzdem wohin und so weiter. Was du dir dann auch wieder überrationalisierst. Oder du sabotierst dich in anderen Art und Weisen wieder selbst, dass du gar nicht erst in diese Lage kommst, dass du im Vorfeld schon irgendwie gar nicht in die Position kommst, Frauen kennenzulernen, Frauen triffst, dass du deinen Tag sowieso schon so strukturierst, dass du gar keine Zeit dafür hast. Das geht raus an alle Schichtarbeiter, die gerne in Schichten arbeiten und keine Zeit für ihr eigenes Leben haben. Wenn ich in Schichten arbeite, bin ich immer K.O. Ich habe keine Zeit, auf die Straße zu gehen, durch die Fußgängerzone zu schlendern und eine Frau im Café anzusprechen. Kann ich dann natürlich nicht. Absolut, weil ich einfach K.O. bin von der Arbeit oder arbeite. Das ist Selbstsabotage. Oder ich sabotiere mich selbst, indem ich einfach schon vorher mir so wenig Energie oder mir so viel Energie raube, dass ich gar keine Energie dafür habe, irgendwie attraktiv auf Frauen oder auf andere Menschen wirken zu können, weil ich einfach so niedergeschlagen bin oder vielleicht auch einfach mich in irgendeiner Form äußerlich so sehr selbst sabotiere, dass ich zum Beispiel nicht dusche oder dass ich einfach nicht darauf achte, was irgendwie vielleicht modisch ist, modischen Haarschnitt oder sowas oder auch mal öfter zum Zahnarzt gehe oder so. All diese Sachen, das sind alles Selbstdabotagen, die vom Ego kommen, die einfach dafür sorgen, dass du dich nicht deiner Angst stellen musst und dich nicht aus deiner Komfortzone bewegen musst, weil dein Ego möchte das absolut nicht, weil für dein Ego, und das meint ist nicht böse, dein Ego sagt dir, schau mal, so wie wir jetzt bisher gelebt haben, ist supergeil, wir haben überlebt, das ist doch das Nonplusultra für uns, überleben. Und sagt dir dann so, alles was halt außerhalb dieser Zone geht, lass uns das mal bitte nicht machen, weil das kennen wir nicht und was wir nicht kennen, könnte gefährlich sein. Das heißt, wenn wir uns jetzt darüber hinaus entwickeln und jetzt vielleicht diese Frau ansprechen, dann könnten wir plötzlich sterben, aus welchem Grund auch immer und dann schickt dir dein Ego ganz viele Gründe, wie du dabei sterben könntest, wie das gefährlich für dich sein könnte. und dein Ego schickt dir halt ganz viele Blockaden dazu. Aber dein Ego ist plötzlich auf deiner Seite und tut so, als hätte es überhaupt nie Probleme damit gehabt, wenn du plötzlich diese Gewohnheit entwickelt hast, auf Menschen zuzugehen, mit Frauen zu flirten. Dann fragst du dein Ego mal so, wie kann es eigentlich sein, dass ich plötzlich einfach so gut auf Frauen zugehen kann und dann wird dir dein Ego sagen, das war eigentlich schon immer so. Das konnten wir schon immer. Dein Ego hat überhaupt kein Problem damit, wenn du dich weiterentwickelst, es möchte halt einfach nur dich davor schützen, dass du nichts Gefährliches tust. Aber du weißt ganz bewusst, dass es nicht gefährlich ist, auf die Frau zuzugehen. Weil, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, was soll denn passieren? Was du wahrscheinlich auch als direkten Reflex hattest bei der Stelle. Okay, was soll denn passieren, wenn ich jetzt auf meine Kollegin zugehe? Was soll denn passieren? Ja, nichts. Ganz genau. Ganz genau. Nichts. Aber dein Ego findet halt ganz viele Gründe, schickt dir entweder Gedanken, innerer Kritiker, du bist nicht gut genug oder Gefühle hoch, sodass du es jetzt gerade nicht tust. Und das ist halt nicht schlimm, wenn das einmal passiert. Das ist vollkommen okay, wir sind alle Menschen. Passiert Andi auch mal, passiert mir auch mal. Völlig okay. Und das ist dann auch mal komplett unbewusst. Aber wenn es halt dauerhaft passiert, das ist das Problem. wenn es halt so, wenn du dir sagst, okay, ja, morgen spreche ich sie an, aber dann das nicht machst, weil dann ist halt, das ist halt wie in der, wie dieser, dieser alte Witz, so in der Kneipe irgendwie, wo, wo in der Kneipe so angepinnt, so angebohrt in der Wand so ein Schild ist, morgen gibt's Freibier. Und dann kommt der Gast halt am nächsten Tag wieder, ach, ich dachte, morgen gibt's Freibier. Nee, nee, morgen, morgen gibt's Freibier. Ja, morgen mach ich's, morgen mach ich's. Ja, nee, jetzt hol dir dein Freibier, jetzt. Und diese, das ist eine bewusste Entscheidung, wie eigentlich schon. Diese Entscheidung kannst du treffen. Das ist komplett in deiner Hand. Und das ist so geil. Und die, also das ist doch die gute Nachricht da dran. Dein Leben ist deine Entscheidung. Dein Leben ist die Summe der Entscheidungen, die du getroffen hast. Und wenn du mit deinem Leben bisher nicht zufrieden bist, dann darfst du andere Entscheidungen treffen. Und ja, diese Entscheidungen machen absolut auch mal Angst. Keine Frage. Aber wo die Angst ist, ist der Weg. Da ist das Wachstum. Die Angst ist das Zeichen. Du hättest nicht Angst an dieser Stelle, wenn es nicht wichtig für deine Entwicklung wäre. Und Entscheidungen sind nichts weiter als die kleinen Momente, wo du mal das Gegenteil tust von dem, was du eigentlich tun würdest, was du in der Vergangenheit tun würdest. Und aus diesen Entscheidungen wird dann mit der Zeit eine Folge an Entscheidungen. Du triffst immer wieder neue Entscheidungen. Du triffst immer wieder eine Entscheidung, die selbstbewusstseinsfördernd ist. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und wenn es immer wieder dieselben Entscheidungen sind, dann werden aus diesen Entscheidungen irgendwann Gewohnheiten. Und das ist der neue Weg. Es ist ein Weg aus neuen Gewohnheiten. Der alte Weg ist der aus den alten Gewohnheiten. Die alten Gewohnheiten bestehen aus den alten Entscheidungen. Jede Gewohnheit ist eine Aneinanderreihung von Entscheidung, 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 Entscheidung. Ich entscheide mich immer wieder für die Angst. Ich entscheide mich immer wieder für das Selbstkritisieren. Ich entscheide mich für die Perfektion und mache deswegen gar nichts. Das ist eine Gewohnheit. Das bist nicht du. Das ist nicht deine Identität. Das ist nicht, was dich ausmacht. Ich weiß, es fühlt sich so an, als wäre das ein Teil von dir und es ist unabänderbar. Und nicht alle anderen, aber du siehst immer wieder den Kollegen da, der bei Paul im Büro sitzt, der von der Arbeitskollegin immer wieder angehimmelt wird. Aber das liegt nicht daran, dass du essentiell verkehrt bist. Das liegt daran, dass du einer Gewohnheit seit Jahren oder Jahrzehnten nachgehst, die selbstbewusstseinsmindernd war. Und so verrückt ist es halt, es braucht nicht mehr als eine neue Entscheidung, um den ersten Schritt in neue Gewohnheiten zu legen. Unser Coaching ist aus gutem Grund mehrere Wochen lang, 13 Wochen in total für die Floyd Masterclass. Der Grund ist, weil es braucht drei Monate für neue Gewohnheiten. Und das ist, was wir mit dir tun. Wir gehen den Weg von neuen Gewohnheiten, damit du dich wie ein neuer Mann fühlen kannst, damit du die Beweise siehst, damit du die Effekte siehst, damit du siehst, dass jetzt Frauen dich anhimmeln, lächeln, mit dir flirten wollen, mit dir reden, dass du ganz anders im Büro ankommst, dass du auf einmal auf andere zugehen kannst, dass es dir egal ist, ob mal irgendwas klappt oder nicht klappt, weil dir einfach das Flirten Spaß macht. Weil du viel mehr Leichtigkeit, Leichtherzigkeit in deine Gewohnheiten, in deinen Alltag mit reingebracht hast. Und aus dieser Leichtigkeit kommt die Unabhängigkeit, sodass du einer Frau auch mal sagen kannst, Mann, du gefällst mir. Hier, hier ist mein Handy, tipp doch mal deine Nummer ein. Das kommt, das sind neue Gewohnheiten, die dazu führen. Es kommt nicht vom ersten Tag an, das ist keine Wunderpille. Es kommt durch neue Gewohnheiten. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du das kannst, dann kannst du auch online wieder Erfolg haben. Wie der Christoph, der bei uns Landwirt ist, der angefangen hat vor, ich glaube, vor 15 Wochen, er ist jetzt zwei Wochen mit dem Coaching fertig, vor 15 Wochen angefangen, hat das Coaching gemacht, hat neue Gewohnheiten gemacht, hat gesagt, ja, das war krass. Also mittlerweile komme ich ganz anders bei Leuten an und hat super viele Erfahrungen gemacht, wo er in Person mit Frauen geflirtet, gelacht hat, wieder mit Frauen geschlafen hat, was er seit Jahren nicht mehr getan hat. Und Dates hatte, wo er gedacht hat, boah, das ist richtig toll und hat sich Gedanken gemacht, ist sie die Richtige, ist sie nicht die Richtige. Da waren zwei dabei, wo es einfach nicht geklappt hat. Und die Dritte, die hat er dann online kennengelernt. Mega schön, ebenfalls Landwirtin. Über irgendein Landwirtschaftsportal. Ich habe es dir geschickt, Dominik. Super, super geil. Also online heißt nicht, oh, online sollten wir auf gar keinen Fall machen. Er hat es genau richtig gemacht. Er hat es als Ergänzungsmittel verwendet, nachdem er gelernt hat, wie es in Person funktioniert. Und dann hat es auch online funktioniert. Auf einmal, wo es davor über Dekaden hin nicht funktioniert hat. Und das sind nur Entscheidungen. Ich sage nur, weil natürlich die erste Entscheidung die schwierigste von allen ist. Aber wenn wir die erste Entscheidung getroffen haben und wir haben mal etwas getan, was gegen den Strom schwimmt, dann fällt es uns leichter, die zweite Entscheidung ebenfalls zu treffen. Und die dritte und die vierte. Und dann wird da Stück für Stück eine neue Gewohnheit draus. Ab und zu brauchst du auch noch Männer, die dich da unterstützen, die genauso ticken wie du, die dir sagen, Alter, ich bin voll bei dir, das ist nicht leicht. Oder, ey, mir ist gerade diese witzige Situation passiert, also brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Das war mir auch unangenehm. Okay, dieser neue Gemeinschaftsfaktor an Männern, die genauso wie du sich etwas Neues wagen, der ist unbezahlbar, weil du weißt, du bist nicht alleine. Und allein das schon zu wissen ist, wie gesagt, unbezahlbar. Dann auch noch jemanden zu haben, der dir sagt, hier ist der Leitfaden. Jeden Tag Feedback. Du hast uns in deiner Hosentasche. Du weißt genau, was du machen musst, was du nicht machen musst und was die richtigen Gewohnheiten sind. Und du kriegst auch einen kleinen Arsch, wenn du das brauchst. Das, mein Lieber, das ist wirklich unbezahlbar. Und der erste Schritt ist übrigens, einfach nur mal mit uns ins Gespräch zu kommen. Unter www.flirtanalyse.de. Auch in der Beschreibung. Nur drauf zu klicken und auf der nächsten Seite einfach mal dir das Video anzuschauen, den nächsten Schritt zu gehen, sich dort durchzulesen. Und das Vertrauen auf den Prozess einmal wiederzulegen, anstatt der alten Gewohnheit, welche da ist, dass du immer wieder das Ergebnis vertraut hast. Dass du immer wieder Ergebnisse wolltest. Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Ich muss jetzt irgendein Resultat haben. Ich swipe, da kommen keine Ergebnisse. Kein Wunder, dass du dann keine Ergebnisse hast, weil die Ergebnisse sind frustrierend. Da waren keine. Dann ist vielleicht das grundsätzlich der falsche Ansatz, immer wieder auf Ergebnisse zu schauen und sofort ein Ergebnis zu wollen. Vielleicht ist der Ansatz besser, die Reise zu genießen. Und ja, es ist ein Klischee. Na und? Aber Klischees sind halt oftmals Klischees, weil sie wahr sind. Und die Reise, die bringt dir so viel mehr wunderschöne Momente an unglaublich kostbaren Augenblicken, die du dein Leben lang in Ehren hältst. Und an die du dich ein Leben lang mit einem Lächeln zurück erinnerst. Und außerhalb dieser Erfahrungen, es beginnt erst, wenn du dich auf die Reise eingelassen hast. Erst dann macht es doch Spaß. Wie mit jedem Hobby. Wenn du versuchst, ein neues Hobby zu erreichen, dann macht es doch keinen Spaß. Du machst ein neues Hobby. Du genießt den Prozess, es zu lernen. Das ist doch, was es Spaß macht. Es dann einfach nur zu können, es zu machen. Sei es Radfahren. Bergsteigen, Wandern, Klettern. Du machst es ja nicht, weil du sagst, ich muss ein neues Abzeichen gewinnen. Sondern du machst es, weil dir die Ertüchtigung Spaß macht. Es ist der Prozess. Da vertraust du auf den Prozess. Und denselben Ansatz, den darfst du auch beim Flirten und der Reise deines Selbstvertrauens an den Tag legen. Es ist genau derselbe Ansatz. Auf den Prozess, ein Schritt nach dem anderen. Und dieses Vertrauen, das zeigt sich dann auch in dem Vertrauen für andere Menschen. Es zeigt sich in, Klingelingeling, Stichwort Selbstvertrauen. Du wirst dir anfangen, mehr selber zu vertrauen, wenn du dem Prozess vertraust. Wenn du anderen Menschen vertraust. Wenn du darauf vertraust, dass sie dir nichts Böses wollen. Wenn du darauf einfach mal vertraust. Auch wenn deine Erfahrungen gesagt haben, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Meine Ex-Freundin hat mich verlassen. Sie ist fremdgegangen. Das ist eine richtig unangenehme Erfahrung. Klar, dass das an Selbstvertrauen dann kratzt. Aber wenn wir uns jetzt auf dieses Selbstbewusstseins mindernde Ereignis fokussieren, dann werden wir immer wieder solche Ereignisse erfahren. Oder wir ziehen uns in unseren Kokon zurück und machen überhaupt keine Erfahrungen mehr. Es ist eine neue Entscheidung gefragt, mein Lieber. Und du bist es wert, diese Entscheidung für dich zu treffen. Und du bist es nicht nur wert, sie für dich zu treffen. Du bist es deiner Umwelt schuldig. Denn wenn du wirklich, wirklich ein guter Mensch sein möchtest, wenn das dein Anspruch ist, dann tust du niemandem einen Gefallen. Wenn du innerlich Angst hast, innerlich an dir zweifelst, innerlich unzufrieden bist. Weil das ist Parasympathikus. Das überträgt sich auf deine Umgebung. Die kriegen das mit. Die spüren das auch. Und du ziehst damit andere auch runter. Bevor du jetzt sagst, oh mein Gott, ich mache so viel falsch, jetzt ziehe ich auch noch meine Umgebung mit runter. Das ist die Entscheidung, mein Lieber. Genau hier darfst du jetzt den neuen Weg gehen und sagen, das ist nichts Schlimmes. Das ist ein Vorteil. Weil genauso wie ich andere runterziehen kann, wenn es mir nicht gut geht, kann ich sie auch emporheben. Und ich kann meine Umgebung stärken. Ich kann ihnen ein viel hilfreicher, loyalerer, gutmütigerer Mann sein, wenn ich mich um mich selber kümmere. Wenn ich mir selber zugestehe, dass ich es auch verdient habe, glücklich zu sein. Wenn du ein Papa bist, dann möchtest du sicherlich, dass deine Kiddies nicht aufwachsen und sehen, wie ihr Papa unglücklich ist. Möchtest du wahrscheinlich, dass sie lernen, wie man einen Partner für sich gewinnt und eine glückliche Beziehung führen kann. Darfst du ihnen das vorleben, mein Lieber. Auch wenn es jetzt mit deiner ehemaligen Partnerin nicht geklappt hat. Zeig ihnen, dass es nicht das Ende der Reise und dass du es wert bist, eine Partnerin zu gewinnen, die dich glücklich macht. www.flirtenalyse.de für deine kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse. Klick dich durch, lies dir es an, lies dir es durch. Whatever, ich mache wieder Fehler. Ist okay, Fehler sind erlaubt. Gibt es noch was, Dominik? Jemand, der ein starkes Selbstwertgefühl hat, ein starkes Selbstbewusstsein, der fährt halt auch vorsichtig. Von daher, fahr vorsichtig. Bring niemanden in Gefahr, bring dich selber nicht in Gefahr. www.flirtenalyse.de, lass uns sprechen. Und dann sieht das Ende des Jahres schon ganz anders aus als der Anfang des Jahres. Richtig, mit weniger Autounfällen. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.